Hallo liebe Drummer Community, Andy McGramps Schumacher hier. Ich spiele ja schon seit längerem Two-Box E-Drums und bin sehr zufrieden damit. Was mich in dem Zusammenhang interessiert hat, ist wie klingt das Ganze in Verbindung mit den Two-Box Triggern und den Remo Silent Strong. Als Brain habe ich noch weiter hinter den Two-Box, Brumet 5. Das ist ein altes Premier-Kit, da habe ich jetzt mal zum Akustik Trigger Setup funktioniert. Ist komplett ausgestattet mit dem Remo Silent Strong. Jetzt werden wir mal schauen, wie das Ganze klingt und funktioniert. Viel Spaß! Fazit, absolut geile Geschichte das Ganze. Super gutes Spielgefühl. Ich habe das Modul etwas anpassen müssen auf die Trigger. Aber danach war es so gut wie kein Unterschied vom Spielgefühl her zu den Pads festzustellen. Wer sein Akustik Set umbauen will auf E-Trum, absolut geile Alternative zu empfehlen. Wenn ihr in den auch einen ersten Moment schreckelt ein, großartig wird. Und wenn ihr in die Trigger sind galt, From einer den auch veröffentlicht, Wir haben einen accommodation, aber es war eine Angelegenheit. Ich habe die Triggeration des Ingen vielmehrt, Und das auch was ich, glaube ich bin. Ich habe das Gefühl, das war ein bisschen zu als ich, Ich habe das ganze Verl República, die Tür habe mich in die Flügel parteizt. Vielen Dank.